Also das war mir jetzt wichtig, das selber in die Hand zu nehmen, wenn man was verändern will. Und da möchte ich euch jetzt nochmal einen kleinen Videoclip dazu zeigen, und zwar die Macht des Verbrauchers, habt ihr gerade gehört. Und da kommt jetzt was von der Vandana Shiva und ein paar andere Sprecher, die da was dazu sagen.